Das wohl gehypteste Item 2022, die Glurak Ultra Premium Kollektion. Wir werden heute eine öffnen und schauen, ob diese sich lohnt, was für Packs da drin sind und wie die Promokarten aussehen. Diese Box ist ein Fluch als auch ein Segen zugleich. Die Verfügbarkeit ist davon gefühlt nirgendwo und überall ist sie zu teuer. Ich hab zum Glück eine jetzt hier fürs Video und noch eine für zukünftige Videos. Also das ist schon mal ganz geil. Aber warum ist diese Box so gehypt? Nun, wenn wir diese aufklappen, kommt uns hier ein goldenes Paket entgegen. Wir haben hier schon mal, wie es aussieht, die Matte am Start. Die werden wir auch gleich nochmal auspacken. Das wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Und da haben wir sie. Glurak V-Max. Heilig ist das ein geiles Hardwork. Das ist ein krasses Hardwork und ihr wisst, was das bedeutet. Der Big Boy ist am Start. Machen wir weiter. Wir haben jetzt hier so kleine Fächer, die wir aufziehen können. Dann ähnlich, oh, hier haben wir Booster drinne, bei den letzten Ultra Primo Boxen. Wir gehen der Reihenfolge nach durch. Bei dem normalen Glurak, was wir haben, haben wir diese Sachen. Okay, hier drinne. Das ist das Highlight der Box. Und zwar haben wir Booster aus dem kompletten Schwert- und Schildzyklus hier. Wir haben Lost Origin am Start hier. Wir haben Astralglanz, aber halt auch Brilliant Stars. Dann geht's weiter mit Fusionsangriff. Wir haben auch das gute Set Drachenwandel. Drei Stück am Start. Ihr wisst, was das bedeutet. Oh, was haben wir da denn? Da flog eine Coin raus. Wir haben zweimal Farmschock und Darkness the Blaze. Es sind wirklich die besten Sets aus Schwert und Schild. Die wirklich besten. Dabei haben wir noch ein paar Extras. Wir haben die goldene Würfel in Form der Schadensmarken. Wir haben hier Vergiftung als auch Verwirrung. Wir haben hier eine Vista, die aber einfach ist. Die ist jetzt nicht wirklich Metallic. Finde ich ein bisschen cheap schon fast. Wir haben hier die goldene Münze mit dem Glurak V-Max drauf. Und wir haben auch die Sleeves passend zur Matte. Ist alles gut, was wert. Die Box kostet OVP 130 Euro. Aber ich kann euch sagen, die werdet ihr nirgendwo für diesen Preis finden. Ich habe versucht, überall diese Box irgendwie auf Deutsch zu bekommen. Ich habe sie nirgendwo gefunden. Ich habe sie nirgendwo gefunden. Ich war überall da zu Ladenbeginn. Wollte mal eine Box kaufen. Keine da. War ein bisschen schade. Ich konnte aber ein paar Leute von euch treffen. Und das hier konnten wir ebenfalls treffen. Promokarten. Wir schneiden diese ganz vorsichtig auf und hoffen, dass diese in einem guten Shape sind. Da haben wir sie. Da haben wir sie. Let's go. Charizard V. Normal Art. Sehr geil. Das sind alles Karten, die ins V-Star Universe erscheinen werden in Japan. Die wir jetzt hier auch schon haben. Ein brachiales Artwork mit dem brennenden Wald und Venus im Hintergrund. Und passend zur Altart Glurak Vau. Also, ist ein kleines Pendant dazu. Finde ich sehr, sehr geil. Machen wir weiter. Wir haben Glurak V Max am Start. Eines der schönsten Artworks ever. Seht ihr die Struktur? Boah, ist die geil. Ändelt schon fast an Magic the Gathering Card. Die Karte jetzt hier in Reels zu sehen ist unglaublich. Freue ich mich mega drüber. So ein schönes Artwork, ey. Clash Slash G-Max Wildfire. Und ganz zum Schluss die V-Star Glurak mit dem Mewtwo drauf. Passend zur V-Star Universe. Bisher das beste Centering auf jeden Fall bei der V-Star Karte hier. Wir haben noch einen Code. Den könnt ihr euch gerne snacken, wenn ihr wollt. Gönnt euch. Aber das ist so eine schöne Karte halt, ne? Wie dort Mewtwo Glurak kämpfen. Und das Ganze gibt es in einer anderen Perspektive. Wurde heute revealed, by the way, von der Pokémon Company. Wo Mewtwo vorne ist und Glurak hinten. Gab es natürlich auch schon Leaks zu. Aber das Ganze jetzt in High Quality zu sehen, ist natürlich ein bisschen geiler. Karte sieht mir jetzt nicht so super aus, muss man sagen. Wir haben hier auch überall ein bisschen Whitening an den Corners. Also es ist nichts gradable, aber definitiv für meinen Alt-Art-Binder. Den ihr sehen wollt, habe ich gehört. Sehr schöne Karten, über die ich mich sehr freuen würde. Wenn ich die Möglichkeit habe, noch eine von diesen Boxen zu öffnen, mache ich das definitiv. Aber ich bin erstmal froh, überhaupt eine zu öffnen und diese Promokarten hier euch zu zeigen. Oh, die sind echt schön halt. Bin mega froh, Alter. Ich bin sehr froh, den Alt-Art-Binder jetzt endlich mal sortiert zu haben. Und da kommen die rein. Aber wir haben noch einige Booster-Packs, wo wir unseren Alt-Art-Binder vergrößern können mit der wunderbaren Glurak-Matte. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den ersten Sets und das ist Darkness of Blaze. Und wir schauen mal, ob das Glurak hier passen zu dem Erscheinen mag. Let's go, ey. Aber ne, ich fand es ganz cool, auch wenn viele von den Leuten, die ich heute getroffen habe, keine Ultra-Premi-Kollektion bekommen haben. Dass man sich, wie ich es zusammen mal getroffen habe, kurz getalkt hat. War sehr, sehr nett. Also Grüße gehen raus an alle Leute, die ich dort gesehen habe. Denn es ist immer sehr cool, ein paar Zuschauer von euch auch mal so zu treffen und mit euch mal zu talken. Auch über TCG-Kram, obviously. Aber, ja, ist halt leider schade halt, ne. Also wenn du halt versuchst, überall pünktlich da zu sein, dann ist nirgendwo was oder nur auf Reservierung oder ähnliches. Ist halt immer ein bisschen doof, aber das ist halt bei Pokémon-Produkten leider so, dass die Verfügbarkeit immer sehr mager ist. Leider. Aber gut, wir hoffen jetzt erstmal, dass unsere Pulls hier heute nicht sehr mager sind. Wir haben hier ein Weihlord. Grüß Gott. Erster Pull, ne Holoklade. Das ist schon mal sehr gut. Mal gucken, ob wir eine Amazing Raid ziehen können. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bin immer noch großer Fan der Amazing Raids. Auch wenn viele sie nicht mögen. Auch wenn viele sagen, ne, das ist eine Rarity, die brauche ich nicht. Da finde ich die Character Raids sehr viel besser. Aber ja, das sage ich auch. Character Raids sind sehr, sehr viel besser. Und wir bekommen neue Rarities. Oh, Biddle B. Das ist gut, den Maritillit haben wir hier. Nicht die stärkste Karte, aber eine coole Karte. Ich mag Maritillit, war an meinem Playroom im ersten. Dementsprechend bin ich da sehr, sehr happy. Wir bekommen ja aber halt auch die neuen Rarities im Vista Universe mit den... Es sind Character Raids so ein bisschen, aber ohne Charaktere. Es sind halt nur noch Pokémon mit Pokémon drauf. Also, ich bin gespannt, wie das aussehen wird in Real. Also, auf dem Video heute sah es schon sehr, sehr krass aus. Aber wir gucken mal. Wir öffnen erst mal hier das gute Set Drachenwandel. Und wie auf TikTok, funktioniert es nicht. Das Set mag mich halt nicht. Aber das ist kein Problem. Das bin ich gewohnt. Folgt mir, by the way, auf TikTok, falls ihr Daily Openings sehen wollt. Da lade ich auch Highlight-Pools und sowas hoch. Könnt ihr gerne abchecken. Und ansonsten auch YouTube-Shorts. Wir haben die Spirit Mask. Und Gigerliff. Bisher läuft es richtig gut. Letztes Drachenwandel-Booster. Komm schon. Wir wollen doch nur... Ich will doch nur die Eevees in Altart haben. Ist das... Es ist schon ziemlich viel verlangt, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es wäre doch mal richtig toll. Okay, gehen wir zum nächsten Set. Machen wir weiter mit Fusionsangriff. Dort haben wir auch einige Altarts, die ziemlich bombastisch sind. Und wir hoffen mal, dass wir hier wenigstens etwas ziehen können. Ich würde mich auch über eine Mew freuen. Oder über den VIP-Pass. VIP-Pass, gute Karte. Hoffentlich ziehen wir sie. Tsunamo. Zoroa. Wir haben Golem. Wir haben Absol. Komm schon. Wie? Ei. Was ist hier passiert, Alter? Seht ihr das? Hier ist voll die Delle in den Karten. Das ist jedem passiert. Quality Control mal wieder richtig on point bei Pokémon. Dankeschön für kaputte Karten. Machen wir weiter mit Fusionsangriff. Und hoffen mal, dass das All-Beatle-V nicht unser einziger Pull war. Komm schon. Woolly. Wir haben Pampam. Und ich freue mich tatsächlich. Boah, ich weiß nicht. Diese Box ist halt so crazy, sage ich euch. Wir haben hier das gute Gorgason in der Gala-Form. Obwohl es ein ganz normales Pokémon ist. Warum es eine Gala-Form ist? I don't know. Aber gut. Ne. Also die Box ist schon sehr, sehr krass. Und ich denke, die Verfügbarkeit soll hier tatsächlich sehr hoch sein im englischen Raum. Das heißt, wir können einfach mal abwarten auf eine zweite Welle und vielleicht kriegt dann jeder noch eine Box irgendwie. Wenn er Glück hat, sind wir Ace-V. Ist ja unser bester Pull. Ist ja ganz cool. Wir gehen schon in die neue Ära rein. Brilliant Stars. Es ist die Glurak-Box und es ist das Glurak-Set. Habe ich schon irgendwelche großartigen Gluraks aus dem Set gezogen? Ja. Wir haben, glaube ich, Rainbow Glurak irgendwie dreimal gezogen. Und das Alt-Art Glurak einmal. Ich will eigentlich das Arceus haben. Du siehst nicht so aus wie Arceus. Du siehst aus wie Manafi. Denn das Arceus in der Alt-Version ist schon sehr saftig. Aber dafür müssen wir es halt auch erst bekommen. Und wisst ihr, es hört sich vielleicht so an, als würde ich Alt-Arts hier links und rechts ziehen. Aber irgendwie ziehe ich nie Alt-Arts. Ich habe irgendwie, ich habe gedacht, ich habe echt viele Alt-Arts für meine Alt-Art-Beine, weil ich die auch kaum bis gar nicht verkaufe. Eevee haben wir hier schon mal. Let's go. Character Rare. Aber ich habe gar nicht so viele, wisst ihr. Ich habe gedacht, ich habe irgendwie viel mehr. Bestes Pack bisher. Eevee und Raikou. Das ist auf jeden Fall da nicht. Die nehme ich. Raikou und Evoli. Character Rare mit dem guten Bill. Die sind mega. Team Yell haben wir noch. Oh, das gute Chinchino. Chinchino ist ein schwerer Schild. Base ist sehr viel wert. Also, falls ihr da ein paar Comments habt. Aber ich habe auch... Kleine, kleine Ankündigung für euch. Ich habe ein Video geplant, was ich mit meinen Common-Karten mache. Freut euch drauf. Wird sehr, sehr cool werden. Also, da werdet ihr bestimmt ein sehr, sehr cooles Video die Tage irgendwie bekommen. Galan Friends und Infernape kommt in Silver Tempest raus in Full Art. Warum sie die hier nicht mit reingeprintet haben, fragt nicht. Pokémon denkt sich halt Sachen. Astral Glanz. Astral Glanz. Das war es schon mit Brilliant Stars. Wirklich. Okay, Astral Glanz. Du musst richten. Hier haben wir schon fast alle Outarts gezogen. Außer Macho Mai. Also, das rollet. Und surf mir. Das kleine Surferboy. Also, eigentlich ist das Astral Glanz wirklich ein Set. Das brauche ich eigentlich nicht mehr öffnen. Aber wir schauen mal. Eventuell hat es ja Bock, uns noch was Krasses zu geben. Aber dafür muss es auch gönnen. Wow. Kann es sein, dass ich die schlechteste Box überhaupt erwischt habe von meinen Ultra Premium Boxen? Es ist die schlechteste Box, die ich... Also, ich habe von vielen Leuten schon Fotos gesehen und sonst was. Die haben echt nicht gut gepullt. Aber ich pull ja gerade echt richtig, richtig Garbage. Hoffen wir, dass sich das noch ändert. Star M.V haben wir hier auf jeden Fall am Start. Nochmal eine V-Karte. Also, die dritte V-Karte. Und ich glaube, wir haben zwei Holos. Ja, bisher ist doch nicht so gut. Sagen wir mal. Wir haben noch zweimal Lost Origin. Das ist ein bisschen sad bisher. Also, die Pull-Rate ist ja irgendwie nicht so der Burner. Vielleicht jetzt hier Lost Origin. Vielleicht irgendwas. Okay, nicht. Ist okay. Last Pack Magic. Please. Ich will doch nicht viel. Ich will nicht viel. Ich bin mindestens eine Wieser. Es ist echt nicht zu viel, weil da kommt. Ich weine innerlich. Zwei Holokarten, drei V-Karten. Coole Box. Also, die ist cool, die Box. Aber die Pulls waren echt... Wip. Wip. Alright, boys. Wерь,etrisch.